jo leute was geht ab euch heute mal mit einem neuen Video von 6.0.62 hohe heute ihr seht hier hier das hier eine aus dem ganz klassik und leute wollen wir heute mal den ferrari kaufen und den juco dad und so heute kaufen wir uns krasse sportwagen lalalala und wie geht es euch NPCs und jetzt Geld einsammeln oder wir kaufen uns heute wir gehen dann bei den autoreihen durch wir gehen dann einfach bei den autoreihen durch ich bin schon so gehypt auf das neue auto ich bin so gehypt auf das neue auto ich habe vorfahrt ich habe immer vorfahrt bei jedem spiel habe ich gerade schüsse gehört lol das breiteste auto kriegt mich schon noch nicht mal klein alles klar grüße geht raus sorry fahr ich muss führerschein machen nein hab ich schon nein einen duke und dad haben wir gekauft und jetzt gucken wir mal was das baby so hat kleine spritz tour wir fahren mal schnell zum wansern haus und dann würde ich mal sagen was das mit dem video lass auf jeden fall like da kommentiert das mein einziger traum wäre mal in die trend zu kommen und oder mehrmals in die trend zu kommen also gibt auf jeden fall das im video ein high five und ja gibt es auf jeden fall ein high five und ich zeig euch dann mal so aus haus und so danach wenn ich das video habe ich ein stern was gut ist am ende meine aufnahme ja genau so hier ist der fernseher da hier sind sie hier können andere online spieler mit hier ist der kühlschrank könnte ich mit nünsten auf machen kühlfiedsruhe oder keine ahnung wie man es nennen und hier oben schlafen und hier oben schlafen das ist hier mein wett das hier und leute auf jeden fall wenn es euch gefallen hat lasst auf jeden fall ein like da ich will auf jeden fall irgendwann mal so viel likes haben wie noch nie also schau leute